Musik Oh, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge, die Tribute von Minecraft, natürlich wieder mit dem Pixelskiller 09. Was geht, Leute? Wie geht's? Und, ja, jetzt werden wir die Pute. Und ich geh jetzt rauf, auf die Pute von Minecraft. Ich denke nicht, warum ich frage, wie es den Leuten geht. Oh, mein Hähnchen liegt noch da. Also, ja, aber das ist klar, du darfst dich überhaupt nicht bewegen bei der Standzeit. Schreiben die in Skype? Kann ich mir eben gucken, was die in Skype schreiben? Schreiben. Okay. Wie gesagt, hätte Folge bei mir, dritte Folge bei ihm. Und, ja. Darf ich mich schon wieder, ach, ich darf mich schon wieder bewegen. Oh. Ich auch. Hä? Oh, es liegt immer noch. Ja, ich... Ja, es liegt immer noch hart. Okay. Naja, aber wir haben ja gesagt, wir müssen noch eine Folge aufnehmen, einfach nur, weil wir, ja, halt hier rumstanden. Und wir uns natürlich nicht auf offenem Felde töten lassen wollen. Deshalb, ist das da schon... Ach, da ist schon die Mauer. Mensch. Wäre schon an der Mauer. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt, jetzt, jetzt schiebe ich Panik. Jetzt. Wird schon Join 4. Relax. Ich würde sagen, wir gehen heute mal unter die Erde, da soll es schön sein, hier so ungefähr, das fällt auch nicht auf. Oh, das ist nicht oben. Ja, ich baue das dann noch hinter uns zu, weh? Jo. Essen habe ich auch erstmal ein bisschen, das was eine Zeit lang unter der Erde aushalten können. Ach so, ich brauche noch ein bisschen Erde, wenn du noch was hast. Ja, warte. Äh, das ist sehr unaufsicht. Sehr gut. Oh. Die Legs nerven schon ein wenig, aber okay. Ja, ein viel. So, warte, dann. Boah, das ist sehr unaufwürdig zu. Ja. Immer ein paar andere Blöcke, also immer so. Ach, das gefällt mir nicht, dass die hier sind. Guck mal, der Spartus, ne? Mit dem habe ich gerade noch eben gespielt. Ja? Er hat gesagt, dass er mich töten will. Ja, ist verständlich. Ich sag mal so, ich würde auch dich versuchen zu töten. Ja, vor allem Spartus hat es schon verzaubert, ne? Hat er mir eben gesagt. Na, da, na, na doll. Na doll. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Rind. Okay. Lass runter. Fleisch haben wir erstmal genug. Und jetzt bauen wir uns schon so ein Rundschau. Ja. Du kannst auch mal ein bisschen nach Diamanten auszuhalten. Ja, das weiß ich. Oh, ich muss sagen, warum es leckt. Warum? Bei mir steht das Display Update. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber... Das Display Update bei 75%. Wo? Und Game Grinder bei so ungefähr maximal 20%. Jetzt 17%. Daran kannst du liegen, glaube ich. Weil es die halt überall sind, ne? Wie du eben schon nach der Aufnahme gesagt hast, weil die überall hinlaufen, ne? Ja. Na, wau du mal ein bisschen weiter. Ich geh mal ein bisschen gucken. Aber bisher sehe ich hier keinen in der Nähe. Ne. Was wir auch gut nutzen könnten, wäre, wenn wir hier uns weiterbauen beim, äh, was ist das? Granit, weil wir werden die wahrscheinlich nicht bemerken, dass wir uns irgendwo langgegraben haben, weil wir es damit wieder zubauen können. Ja. So, ich baue mich mal ein bisschen hier so lang. Oh, ich habe gerade einen Glock gebackt. Und da vorne baue ich mich wieder runter. So. Ähm. Vielleicht merken wir es nicht. Das brauche ich alles. Das brauche ich nicht. Davon habe ich auch viel zu viel. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich. Aber es fliegt echt gerade wieder schlimm. Mhm. Aber alle haben gute Verbindungen. Das ist komisch. Oh, ich bin im Block drin und jetzt brauche ich im Boden. Jesus, das will. So. Dann nehme ich die hier wieder weg. Dann kann ich endlich auch einfach so machen. Dann komme ich runter. Okay. Jesus, ich brauche wieder einen Block. Ja, danke. Danke. So, wenn du dann runterkommst, dann brauche ich das hier zu. Ja. Okay. Sag, wenn du durch bist, weil ich sehe es nicht. Ich bin durch. Okay. Oh, ich habe dich gerade gehauen. Schon wieder wahrscheinlich. Oh. Oh. Aber du müsstest noch leben. Ja, leider. Oh. So, jetzt muss ich mir merken, für diese Folge die Koordinaten dann in dem Video abzudecken. Okay, wir sind schon sehr, sehr tief. Noch nicht tief. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Deswegen habe ich die Koordinaten gar nicht an. Du plopst gleich die ganze Zeit. Ja, weil du mir voll in die Flinte läufst. Ach so. Das sehe ich gar nicht. Ja. Das lag bei mir. Du lagst bei mir auch immer nur rein und auf einmal hast du schon Schaden bekommen. Oh. Ja. Gold. Oh, Gold. Stimmt. Hui. Gold, Gold, Gold. Abbauen, abbauen, abbauen. Mir fällt gerade auf, ich laufe die ganze Zeit mit... Sag mal, Koorts. Nee. Warte, ich sag ihm jetzt einfach Fake-Koordinaten. Warte, schreib du mal Fake-Koordinaten rein. Nee, ich baue mich hier runter. Ich will Dias finden, die Folge noch. Nee. Satze. X. Doppelpunkt. Äh. Drei. Okay, probier dein Glück. Also es ist X, Z und Y, gell? Äh, X, Y und Z. Also X ist... Y ist auf jeden Fall die Tiefe und X und Z sind halt die anderen. Oh, Jaha. Das hab ich extra so beschrieben, ne? Mhm. Oh, ich hab dich gekloppt. Zumal, wir haben noch keine Items und die, äh, keine Dias und ich mein, die können von mir aus verzaubert haben, wie sie wollen, aber ohne Dia schaffen wir hier gar nichts. Selbst wenn die, also, wenn die verzaubert... Die schaffen halt gemein nichts, ne? Weil ich bin den Lecks. Ey, ich kann mir schon vorstellen, wenn wir so mit dem Betteln würden. Wird dann so rumwackeln. Äh. Drei. So, gleich sind wir auf die, ja, höre, ich höre auch schon Wasser. Mhm. Ich kann jetzt nicht nachsehen, weil ich hab keinen Plan, wie wir das alles abdecken, so. Mach man bestimmt mit irgendeinem Programm, aber keinen Plan. Deswegen mach ich das mal kurz nicht. Nö, ich pack da einfach mal, ich pack da einfach irgendein Bild drüber. Ach so, okay. Wissst du dir? So. Äh, du stehst grad auf Kai rum. Ich weiß, ich bau grad ne Werkbank. Warum hab ich noch ne Werkbank gebaut? Bin ich ein Idiot? Weil ich, nein, weil ich vorhin wahrscheinlich ne Werkbank gebaut hab. Und die hast du dann wahrscheinlich abgebaut. Warum mal noch ne Eisen? Noch ne Werkbank. Du kommst mal das ganze Eisen von mir, warte. Ja. Ja, warte, warte, warte. Ja. Okay. Äh, zack. Zack, zack. Dann können wir das hier mal wieder... Äh, welche Höhe sind wir gerade? Äh, wir sind Diamantenhöhe. Okay. Strip mal nicht mal ein bisschen. Mach das. Äh, direkt Redstone. Das ist manchmal ein gutes Zeichen. Ach ja, die Lecks. Zack, zack, zack. Falls ihr euch fragt, wieso ich hier grad das Redstone einsammle, ich sammle es ein, weil es XP bringt. Hm, ich hab zwei. Aus nem anderen Grund nicht. Vielleicht braucht man das noch für irgendwas, ist mir auch egal. Ja. Zum Redstone brauchen wir für, 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 äh, Dingens, für Tränke, wenn wir die besser machen wollen. Ach ja, wenn wir die verlängern wollen. Ja gut, aber bis dahin haben wir noch genug Redstone gefunden. Nein, mein Spitzack ist kaputt. Warum sneak ich überhaupt? Ich glaub, ich hab Angst, dass sie... Ach nee, du hast ja selber Holz. Hm, drei Eisen, das ist. Äh, Holz? Nee, hab ich gar keins. Nee, dann... Hier für Stickies. Ah. Mir fällt grad auf, ich hab überhaupt keine Fackeln. Ich auch nicht. Warte, ich mach dir mal kurz welche. Oder hast du... Also ich hab jetzt vier, aber... Ach so, okay. Das ist ja auch nicht die Welt. Mach ich dir noch mal welche? Du weißt auch nicht genug die Geste für. Warte, ich kotze mich mal eben damit voll. Ach, das mit dem Steine abbauen nervt nur dezent. Ja. Ich brauche mich immer so ein bisschen so einfach so überall rum. Ich manchmal gehe ich auch nicht. Bei, 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 unter. Nein. Kommen die so bei uns in die Höhle an? Nein. Nein, tot. Ja genau, nein, tot. So, schon haben wir wieder Redstone. bei mir genau 50 und mehr wird so ein sohn muss noch immer irgendwo Diamanten sein auch gut will ich die neue Hälfte habe ich eisen gefunden auch schon auf dem Weg so sehr dass wir die Diamanten nicht schnell genug ein sollen können dann ist das unter so lange auf ach shit man darf ja jetzt auch nur noch bestimmte Tränke machen ja den Weakness werfbaren Potion und den Heal Potion aber nur den Tränke fahren ich habe Lava gefunden gefunden und die ist sogar sehr tief und das Eisen ist auch weg ja gut aber hier ist auch irgendwo Wasser Diamanten sehr schön wie viele verarsch ich mich doch nicht ich habe so viel Hoffnung in dich gesetzt dann wahrscheinlich zu viel ich weiß gar nicht okay ich pack da jetzt mal auch ein Bild drüber das Wasser ich habe was Wasser ist immer was Gutes fließendes Wasser ist immer was Gutes hallo baust du mir jetzt bitte den Block ab danke ich baue grad zehnmal den selben Block ab ja das mache ich auch gerade habe sonst kein Hobby ich baue den Block der nicht weg geht einmal ab ne warte ich bis er kaputt geht denn der hier will nicht kaputt gehen ja wow hier ist eine klitzekleine Höhle mit ein bisschen Wasser auch da könnte auch eigentlich die aus sein ich bin mit jedem ach ne die Höhle ist doch größer als gedacht sehr schön eigentlich ist ja in jedem Chunk oder wie war das nochmal in jedem Chunk ein Diamant ach ja genau falls sich hier irgendwer der Teilnehmer mein Videos anguckt und meint ich würde hacken oder so ein Scheiß ihr könnt euch hinter die Ohren schreiben ich weiß nicht mal wie man Hacks installiert also ihr braucht mir so gar nicht kommen äh hast du vielleicht mindestens ein Fleisch denn ich hab keine Hungerkolle fast mehr dann sterb ich nämlich im Bohnen oh ja yeah wie viel Hungerkolle hast du ich hab noch voll und ich hab auch noch genug zu essen alles für uns ich will mit dem weiter ne große Lama auch gar nicht groß trotzdem aber oh mein gott oh mein gott okay halt dich es nicht in der Nähe von Lava auf ich bin grad so gut wie reingefallen nur dann ist der Block schnell genug noch gekommen bei C-Round 5 wer ist denn bitte C-Round 5 der Pluginmacher ist das keine Ahnung oh Skelett jetzt ist es schwer 1x1 gegen Skelett wenn du jetzt stirbst ah ich hab's getötet dann könnte ich äh bei dir dieses Empire Projekt nachmachen das Skelett tötet mich ja oh hier ist ein Enderman und da ist Lava lass den Enderman bloß in Ruhe und da sind nicht da Diamanten was du hast Diamanten oder keiner nein nicht da ich hab die Diamanten aber imaginäre weißt du Eisen finde ich hier in übermaßen oh mein gott renn renn hier sind drei Creeper oder so nicht nach oben gehen nicht nach oben gehen hallo oh oh der hat mir den Tod gekloppt wie weiß ich das selber nicht mit dem Leck Effekt weißt du wir hacken gerade das ist gar kein Leck das ist eigentlich ein Heck der Leck Heck Leck Heck oh mein gott ist hier viel Eisen und da oben ist noch ein Creeper also hier haben wir Creeper volle Zone hier ich hab ihn einfach getötet nice ich glaube es wird uns nicht an den Erzen mangeln sondern am Holz weil mir geht das Holz aus das geht letztlich ich muss hier mal ab aber oh mein gott das noch ein oh mein gott das sind noch drei Creeper ja easy easy aber der gott ist noch ein Creeper ne ich höre es nur zwischen ja hier ist noch ein Babyzombie den muss ich jetzt auch noch kloppen hallo Enderman ich sterbe gleich alter ich nehme es gerade mit 10 Monstern okay ganz vergessen ach jesus ich hab's komplett vergessen ich auch ich hab gerade einfach weitergespielt hab nicht auf die Zeit geachtet was so schlecht ist ich bin direkt neben dem Creeper äh der despawnt nach gewisser Zeit also wenn wir jetzt nicht direkt also wir sollten jetzt keine Folge mehr aufnehmen weil ansonsten geht er direkt neben dir hoch ja okay meine lieben Freunde ich würde sagen Creeper du machst die Absage äh ja ich hab eigentlich nicht viel zu sagen die Folge war diesmal produktiver als die davor wir haben immer noch keine Diamanten wir müssen langsam Diamanten finden ansonsten haben wir ein Problem wie äh es gibt auch wohl was ich noch kurz sagen muss so ne komische Blutrauschregel bis äh Part 15 muss man mindestens einmal gekämpft haben oder einen Schlag ausgeführt haben äh einmal ich glaub äh das war dann wenn man nach 15 Dings nicht weiß ich nicht was glaubt getötet hat oder so dann Koordinaten werden aufgedeckt oder? ich weiß nicht also ich glaub ich glaub nur naja Strike ist ja dein Koordinaten aufdecken na eben ähm nach mehreren Strikes ne wieder naja naja jedenfalls werden wir auf jeden Fall bis Folge 15 gekämpft haben müssen egal wie ob wir denn nun sterben oder nicht also wahrscheinlich wird Folge 15 dann spätestens unsere letzte Folge sein ähm ähm ne aber ansonsten ja gibt's nicht viel zu sagen ich hoffe wir sehen uns bei der nächsten Folge Part 4 der wird dann bei mir hoffentlich morgen folgen mein Part 3 sein Part 3 und mein Part 3 ja dann würde ich sagen tschüss tschau und auf Wiedersehen sagt euer Kreos bye bye und jetzt noch der Pixelskiller ey yo ich hoffe das Ganze hat euch gefallen trotz Dilex und ja bis zum nächsten Mal und tschau bye bye